Oha! Ja, ein sehr netter Typ. Ja, äh, ja. Gut. Hier ist übrigens noch ein Poster für deine Lieblingssammlung. Siehst du schon, wer ist Frank? Ich glaub, es gibt davon vielleicht zwei verschiedene bisher. So. Wollen wir da gleich die erste Mission machen? Können wir gern tun. Ich hab jetzt noch ein Schätzchen eingesammelt. Hier ist wieder ein Verkäuferle. Wer ist denn das geschafft? Was? Den Truck ist jetzt so... ...über Mühe gegeben. Könnt ihr ihn rauskicken? Wahrscheinlich mit einer... Oder man ist einfach so ein krasser Fahrer, wie ich jetzt bin. Wird die Fahrherausbauung dir bestimmt Spaß machen. Die Allowance. Brauchst du ein Führerschein. So. Das ist natürlich... Weil wenn du das in echt kannst, dann kannst du es natürlich auch im Spiel. Und umgekehrt ist es ja natürlich erst recht so. Also wenn du in Manit for Speed gespielt hast, bist du ja praktisch für jede Situation gewappnet. Hab ich bisher noch nie, würde ich sagen. Ja. Na dann solltest du vielleicht noch mal ein Lied for Speed spielen. Oh. Stein. Ach. Nehmen wir doch mal ab. Oh Gott. Oh. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Ich finde es scheiße, wenn er sich immer festkrallt an irgendeine Position. Ja. Du kannst übrigens herkommen. Hier ist eine Kiste und der Auftrag, wie gesagt. Ja. Du bist auf dem Weg. Ich sehe es schon. Oh. 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 Ach was glaub ich meine. Das ist mein Lebensleiter, aber grad so ganz komisch hinterlegt. Mit irgendeinem formischem Farbdingens… Na egal. Also… Oh, ja. Mr. Schiffon, I found a design. Is this some kind of armored fanny pack? Der Tübert ist auf jeden Fall ein kleinen Schuss. Ganz, ganz klein. So, ich glaube, hier kommt ein schönes Klischee heraus. Über Sexualität. Was überhaupt nicht stimmt tatsächlich. Was denn, du willst wegen Schwulsein oder wie? Ja, ja. Wollt's mal nicht nennen. So. Ne, das ist ja offensichtlich, dass du das allen darauf abgezählt hast. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh Gott. Entschuldigung. Oh Gott. Der arme Tü. Alter Schwede, aber voll zu schön wie ein Auto ist. Oh Gott. Soll ich vielleicht wieder fahren? Ja, wir sind doch schon da. Ich hab dich ganz souverän und normal an das Geschütz hier gebracht. Ja, super Sache. Zack, Mutti. Wenn ich mich recht entsinne, war hier irgendwo noch eine Geschützstellung des Gegners. Aber die scheint jetzt anscheinend nicht zu sein. Ist das jetzt echt ne Harpune? Ist ja geil. Ne. Ein M-79 würde ich jetzt sagen. Mir wurde grad auch was von Harpoon angezeigt. Oder hat das was mit der Mission zu tun? Ja. Du musst mit Sprengstoff den kaputt machen, ne. Einfach Sprengstoff ins Wasser hauen und vorher noch markieren am besten. Kann der mal gucken, wo er ist. Kann ich sehen. Ich schalte aber, ob ich noch mehr finde. Ich sehe da noch einen, gleich daneben. Achso. Ja. Okay, dann. Ah, da ist noch einer. Der von und zu Sprengmeister. Was hast du denn hier eigentlich? Ach, du hast den... Ach geil, ich krieg ja hier Munition für... Oh. Kriegst du es hin? Nein, da... Was? Das hat er überlebt. Pass auf, da sind Gegner, ne. Komm, komm, komm. Ne. Die sehen dich. Können Sie ruhig. Wie? Und? Ah, okay. Also mit Granaten geht es immer mit Granaten, aber schon. Das macht natürlich Sinn. Ja, irgendwie wird meine Munition auch nie aufgestockt, wenn ich... Leute anhandle. Meine Güte, ich treffe alles, nur nicht diesen dämlichen Fisch. Jetzt aber. So. Na dann. Spring mal ins Wasser. Warte, dann. Oh. Oh. Ah, da ist noch einer. Zack. Oh, was? Ich dachte... Einer zählt? Verdammt. Wusste ich nie. Ja, das ist blöd am Multiplayer, dass man nicht so viel weiß. Das, äh... Ah. Okay. Das macht natürlich Sinn. Das war nicht so viel... Was? Aber Sprengstoff, das muss doch gelten, dass ich hier... Ja, 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 klar. Ich hab mir jetzt nur grad einen Sniper verwendet, um den... aus der Ferne zu treffen. Das, äh... Das hat ihm leider nicht so gefallen. Ich hab einen Fisch gefunden, wie es scheint. Oh, diese Animation. Ja, der Fisch ist, äh... an Land, oder was? Nö, oder? Wenn man mit Quad... Übrigens lohnt es sich nur für dich einen, um zu nutzen. Weil du mit den anderen Fällen überhaupt nicht schaffen kannst. Wieso zählt das denn jetzt auch immer wieder? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das seltene Tier muss erledigt werden. Hast du irgendwo da ein X aus der Karte? Au, ich bräuchte bitte deine Hilfe. Ich sehe nicht mehr... Was? Was? Versuch hinzuschwimmen? Ja, natürlich. Ich hab mich ja fast gerissen. Nicht auf mich schießen! Nein, ich hab das Boot kaputt gemacht. Nee, das schaffst du nicht. Wir wollen mal niemals nie sagen, ne? Ja, oh! Heidewitzger, danke. Hast hier geringfügigem Schaden angerichtet. Kann man das reparieren? Nein, das ist doch nicht. Nee, ich glaub, ne. Wir sollten vielleicht vom Brennenden Ding weg. Brenn? Was? Hinter dir. Das Boot brennt. So, ja. Die Kiste, die kann man... Oh. Jo, komm mal wieder. Blut, Mensch. So. Und da vorne liegt genau einer. Klack. Die Ante, wo ich mir trotzdem... Selten ist Tiger heute. Genau. Das waren aber nach wie vor noch nie die Fische, die wir... holen sollen. Doch. Nee, nee, der hat ja auch was von so einem Drachenfisch erzählt. Da hab ich mich ja schon gewundert. Ja, das ist ja das. Ja, das sind die Fische. Nee, das sind doch diese Tigerhautfische, oder die? Du musst den nur häuten. Hast du schon gehäutet? Ja, klar. Deshalb, es funktioniert halt nicht. Ach, muss ich vielleicht auch nochmal machen? Warum auch immer? Glaub ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es da liegt, dass es das falsche Viech ist. Ja, wir sind ja hier, oder? Wir sind im richtigen Gebiet. Wurde ja alles markiert hier, so. Weiß nicht. Ja. Aber ich sehe jetzt momentan auch nichts. Warte mal, ich... Mal hier ein paar zu sehen im Wasser. Jetzt kommt ein raus. So. Da ist noch einer. Ich versuche den mal jetzt. Mit Sprengstoff natürlich. Oh, nein, 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 nicht mehr Bogen. Nein. Mein Don ist weggepackt. Ich hasse das Spiel. Ah, da war ich wieder im Stein. Na bloß gut, so. Das wäre ja, muss doch sein. Ich habe es doch. Wolle, es ist rausgekommen. Wochen worden, ich will es nicht. Man kann Bogen nur gegen den Reketenwerf aus. Das ist ganz anders. Ah, egal. Ja, doch, du musst einfach eine andere Waffe in die Hand nehmen. Außer eine Seitenwaffe, wenn es geht. Ach, stimmt. Ah, das hat gezählt. Das... Mit einem Raketenwerfer, das ist dann manchein Sprengstoff. Ich habe ja auch gerade mit. Aber zu spät, weiter. So, ich will schon mal rüber. Wir entdecken mal hier die Höhle. Ich will Granatwerfer aus der Berufsprengstoff oder nie? Also jetzt ist das doch nicht ganz nachvollziehbar. Aber ich bin gleich tot. Oh nein. Und das wieder kurz. Bist du im Wasser? Ja. Nee, du bist... Ich doch, ich bin... Stehst du noch? Ja, jetzt habe ich mich schon auch reinkommen. Na dann, wo ist der mal? Das Schnuckelchen. So, das sollte ich gezählt haben. Ja, aber... Nieschön, dann kannst du ja mal empfehlen, ob du schon mal herstellen kannst. Hm, oh, Fähigkeiten habe ich noch mal. Oh, komm mal bitte zu mir, ich möchte dir mal schön backzeichen. Ich habe fünf Fähigkeitenpunkte. Ähm, was soll ich mir denn da wiederholen? Das Ziel-Mor-Auge, Faustwaffen und Präzisionsgewehr können nun beim Zielen mit... Ah, das ist das zu schön. Komm mal her, zeig mir das deinem Zuschauer. Warte, warte, warte. Irgendwas lustiges gefunden. Guck, du bist jetzt weg. Auf der anderen Seite halt. Ah, da muss ich erst... Ich spüre mir gerade mit dem Fischen. Ich bin ein Fisch, ich habe mich getappt. Bist du in der Höhle drin? Ja, ich bin ein Fisch, guck mal. Siehst du das? Ja, der ist... Der hat sich verschwommen. Aber der kann man sich dem endlich mal in Ruhe angucken. Ja, sieht cool aus. Sieht echt ziemlich cool aus. Beißerchen. Ganz Kerben. Schon, äh... Fetzt. Fetzt schon, da ist noch einer im Wasser. Und es geht ja hier noch in die Höhle rein. Wollen wir mal schwimmen? Gehen? So. Oh. So. Das war der. Entschuldigung. Konnte nicht widerstehen. Hier ist ein Bogen. Ein Jagdbogen, ein normaler Jagdbogen. Ne, ne, ich habe jetzt meinen Bogen wieder. Also hoffe ich... Ist ein richtiger Bogen. Ich weiß nicht, was du hast. Nein. Hast du schon den modernen? Ich habe den Re-Curve-Bogen, ne, diesen Sportbogen. Das ist Sportbogen. Das ist Sportbogen, ist bestimmt auch kein Sportbogen, also halt zum toller. Ein ganz awesome. Ors, ors, egal. Gut, tun wir hier noch was. Da ist nämlich noch einer. Ein netter Zeitgenosse. Boah. So, das Fleisch immer gleich aussieht. Bei allen Tieren. Interessant. Warte mal. Kann ich? Ne, ich habe nie. Leider. Tut mir leid. Oh, mein Karma-Level bleibt die ganze Zeit auf Plus-Minus-Null, habe ich das Gefühl. Ja, wo habe ich immer das Gefühl? Aber meins ist halt nur auf zwei. Das ist nicht unbedingt schön. Nun, ja, meins ist etwas höher. Was? 3D? Ja, na, ich habe es. Irgendwie sind die Einfindungen immer viel zu kurz, finde ich. Ich kann das mal gar nicht so schnell erkennen. So, sag mal her. Karma-Level bin ich 8. Vielleicht levelst du deshalb nicht mit, weil ich schon ausgelavelt bin. Ich muss mal ein paar Zivilisten töten. Äh, mein Game. Ne. Ist ja auch blöd. So. So, ich würde mal sagen, das ist schon mal sehr schön für die ersten paar Folgen. Ja, das war auf jeden Fall erstmal mehr als genug Co-op. Das war jetzt alles eine Session. Knapp zwei Stunden. Ja, sollte reichen. Ist bestimmt ein großes Video geworden. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir doch die Folge so, wie wir sie angefangen haben. Nämlich mit einem Gyrocopter. Da muss ja noch hochkommen. Das ist mir nämlich ein Gedürfnis. Oder ich komme einfach runter. Ah, dann komme ich auch runter. Komm mal runter. Ich kann nicht aufsteigen. Warte mal, ich komme auch von der anderen Seite. Jetzt geht's. Komm. So, dann auf in die Wolken. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich pränke mich bei dir fürs Mitspielen. Und freue mich schon auf die kommenden Dinge. Ich denke mal, wir haben ja hier noch mehr als genug zu erleben. Wenn ich jetzt hier mal so einen Blick auf die Map werfe, dann macht mir das schon ein bisschen Angst. Kannst du mal, naja gut, das ist keine gute Idee. Wenn du jetzt mal Escape, nee, ich meine M drückst und dann mal auf Fortschritt und ganz runter scrollst, dann wird dir nämlich eingeblendet, wie viel Prozent des Spiels du bisher geschafft hast und wie viele Stunden du es spielst. 14,19 und 6 Stunden 37 Minuten. Ah, sehr schön. Ich habe ein wenig länger investiert. Ja, davon gehe ich aus. Gut, dann wie gesagt, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö.